So Leute, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich schaffe es unter die Top 10. Ihr seht schon, ich hänge hier ein bisschen den Busch ab. Ich hoffe, er hat jetzt nicht dieselbe Idee wie ich, denn das ist noch die Runde, wo ich für euch die Lagerfeueraufgabe gemacht habe. Ich bin einfach nur von Busch zu Busch, aber ich denke mal, einer muss jetzt noch sterben. Sollte also so ganz easy zu schaffen sein. Haltet euch einfach aus allem raus, holt euch ein bisschen Heal Stuff, verhaltet euch einfach ruhig, versteckt euch im Busch oder irgendwo die Türen aufmachen. Ihr seht, gerade schon geschafft. Zehnter sind wir definitiv. Also im Prinzip könnte ich jetzt einfach mal losgehen, mal ein bisschen Randale schieben. Vielleicht holen wir noch den einen oder anderen Kill mit, ich bezweifle das aber. Und lasst uns einfach töten, weil wir sind halt schon in den Top 10. Mehr wollte ich ja gar nicht. Mal gucken, wo er jetzt hin ist. Ist er jetzt echt runter? Ach, Jungs. Hallo, ich will jetzt sterben. Gerade ist das wieder irritierend. Aber ihr seht schon, ich lebe wieder länger, als ich überhaupt leben will. Jetzt um nämlich schon neunter. Wohnt der denn rum? Hallo, Gegner, wo seid ihr? Ich lasse mal den jetzt einfach von hinten ran drücken. Ach, da ist nicht die Kameras. Och, Leute, ich will doch einfach nur sterben. Ist doch dann so schwer hier. Also da sind wir immer so rund. Jetzt geht es eigentlich nur darum, um die Top 10 zu kommen. Ich will eigentlich euch nur zeigen, dass ich die Aufgabe easy geschafft habe. Und was ist? Ich lebe gefühlt 800 Jahre. So, komm, töte mich. Zack, zack. Ah, ihr seht es oben links. Schafft es ohne die Top 10. Ganz easy. Und so könnt ihr es eben auch machen. Und ich sage, es ist kein Hexenwerk. Einfach ein bisschen kämpfen. Haltet euch aus allem raus. Und so könnt ihr es auch schaffen. Und in dem Sinne, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut herein.